Moin, was geht, Exo hier. Heute reden wir mal ein bisschen über Call of Duty Vanguard. Egal ob man das Spiel mag oder nicht mag, das Spiel hat ein Problem, nämlich Content. Und wenn jemand für das Spiel bezahlt hat, 60, 70, 100 Euro, je nachdem welche Edition, möchte derjenige Spieler natürlich auch, so wie es präsentiert wurde als Service Game, möchte der dementsprechend immer sehr schönen Content haben, was man natürlich auch verstehen kann, wenn man das Geld dann dahin legt. Egal ob das Spiel jetzt gefloppt ist, für Activision Seite aus, ich meine 40% schlechter verkauft als Cold War und Cold War hatte sich schon schlechter verkauft als MW, muss dieses Spiel trotzdem ihre Pflicht erfüllen und Content weiterhin liefern. Und Activision darf es nicht einfach so untergehen lassen. Egal ob man jetzt Vanguard spielt oder nicht, die Spieler, die Vanguard spielen, haben es sich verdient, beziehungsweise sie haben bezahlt dafür. Im Vanguard haben wir aber das ganz große Problem, dass der Content wirklich sehr, sehr mau ist. Und das würde ich euch gerne einmal präsentieren, weil, wie soll man es auch am besten vergleichen, wir haben jetzt drei Spiele, Modern Warfare, Cold War und Vanguard, die man wirklich sehr, sehr gut miteinander vergleichen kann, was der Content angeht. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Fangen wir doch einfach mal mit den Beispielen an. Ich habe mir jetzt von Modern Warfare, von Cold War und von Vanguard jeweils die Roadmap aus Season 3 genommen. Schauen wir uns das Ganze mal bei Modern Warfare an. Bekommen wir vier Maps plus eine Gunfight-Map, das war für dieses kleine 2 gegen 2, bla bla bla. Und drei Zusatzwaffen. Das war das Content-Paket von Season 3 von MW. Schauen wir uns das Ganze mal bei Cold War an. Für die Season 3 haben wir drei Maps bekommen. Eine riesengroße Teamkarte, also Multiteamkarte für dieses, äh, wie hieß das nochmal mit diesen Bomben da. Ihr wisst schon, was ich meine. Egal ob man es jetzt gespielt hat oder nicht, der Content war auf jeden Fall massiv, weil es eine riesengroße Karte war. Dazu haben wir neue Modis bekommen, was ich natürlich auch in Vanguard vermisse. Weil in Cold War hatten wir auch mal durchaus sehr, sehr lustige Modis. Immer verschiedene, zum Beispiel am Valentinstag, damit diese Herzchen. Dann hatten wir dieses Suchen und Verstecken, damit diese, ähm, wie hieß das nochmal, Prop Hand, wo man sich als Gegenstand tanen konnte. Egal ob man es jetzt irgendwie gefeiert hat oder nicht. Es war auf jeden Fall mal etwas anderer Content, was man durchaus mal spielen konnte, weil es halt nicht der 0815-Modi-Scheiß ist, den Call of Duty sonst bringt. Dazu haben wir eine neue Abschuss-Serie bekommen und richtig fetten Zombie-Content. Nämlich wurde die Multiteam-Karte auch nach Outbreak gebracht. Ich würde einfach mal behaupten, Zombiespieler konnten sich in Cold War absolut nicht beschweren. Die wurden auf jeden Fall richtig gut versorgt. Zusätzlich haben wir fünf Waffen bekommen. Ganz wichtig bei diesen Season-Aufzählungen, da zähle ich keine Nahkampfwaffen dazu. Ich habe jetzt nur das Ballistic Knife mitgenommen, weil es halt wie gesagt auch schießt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei Vanguard anschauen, was den Content angeht, bekommen wir zwei Maps. Einmal Mayhem und dann vier oder wie die heißt, die kriegen wir wahrscheinlich bei dem Mid-Season-Update. Das heißt, wir haben in Vanguard zwei Karten, in Cold War haben wir drei Karten bekommen und in MW, Modern Warfare, haben wir vier Karten bekommen. Zusätzlich kriegen wir in Season 3 ein Trophy-System, welches ja erst eine Challenge war. Dann wurde es doch nicht mehr als Challenge vermarktet. Keine Ahnung warum. Und wir bekommen zwei Waffen. Also haben wir in Vanguard zwei Waffen bekommen, in Cold War fünf Waffen bekommen und in MW drei Waffen. Also haben wir schon mal Maps und Waffen weniger. Und der Zombie-Content im Vanguard ist ja mal wirklich absolut lächerlich. Meiner Meinung nach sind Challenges oder sonstiges keine wirklichen Content-Updates. Eine neuere Karte, eine Überarbeitung, neue Perks, sonstiges. Das wäre Content für mich, aber keine Challenges, die man einfach hinschreibt, kurz ändert, blablabla. Fertig ist das Ganze. Nicht nur der Content von MW zu Vanguard wurde reduziert, sondern auch die Spielerzahlen. Jetzt habe ich für euch mal Zahlen, das sind offizielle Zahlen. Activision hatte am 31. März 2021, also letztes Jahr, genau 150 Millionen aktive Spieler. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf dieses Jahr beziehen, dann sind wir beim 31. März 2022 und Activision hat nur noch 100 Millionen Spieler. Das ist wirklich unfassbar viel. Was man allerdings nicht vernachlässigen darf, beziehungsweise nicht vergessen sollte, Activision hat ja natürlich auch noch andere Marken. Das waren jetzt nicht nur die reinen Call of Duty-Zahlen, darunter zählen noch Spiele wie Tony Hawk Pro Skater, Crash Bandicoot und so weiter und so fort. Aber wiederum hat sich Vanguard auf 40% schlechter verkauft, deswegen sind diese Zahlen schon glaubwürdig. Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater oder wie das Spiel auch immer heißt, sie haben sicherlich nicht so eine heftige Reichweite wie Call of Duty. Call of Duty hat sich natürlich eine enorme Fanbase aufgebaut. Ich meine, die Corona-Pandemie kam absolut passend für Activision, wenn man es jetzt aus wirtschaftlicher Sicht sieht. Sie haben mit Warzone mal wieder Rekorde gebrochen, was jetzt auch mal wieder Call of Duty zum Leben erweckt hat. Naja, der Multiplayer ist leider daran gescheitert, aber hm. Aber warum sind denn die Spielerzahlen jetzt so massiv gedroppt? Eigentlich ist es ziemlich simpel. Der erste Punkt ist Content. Content kam nicht wirklich. Es kamen nicht wirklich neue Innovationen zu Warzone, die das Ganze nochmal ein Jahr noch weiter ausgeschlachtet hätten. Dann kam Caldera raus. Caldera war jetzt wirklich ehrlich gesagt auch nicht so die Kirsche auf der Torte. Legs, Bugs, Glitches, habe ich ja schon im letzten Video einiges zu gesagt, waren auch massiv. Der ganz große Punkt, den ihr natürlich nicht vergessen dürft, ist, wenn Casuals, die die Hauptkunden für Vanguard sind, einen Trailer sehen und da sehen sie schon, hm, Zweite Weltkrieg, da haben wir keinen Bock drauf, dann kaufen die dieses Spiel von vornherein nicht. Die ziehen sich keine Reviews oder irgendwelche Videos von YouTubern rein, nein, sie ziehen sich, wenn überhaupt, jediglich nur den Trailer rein oder wenn sie im Mediamarkt oder wo sonst auch immer hingehen. Gucken sie sich einfach nur die Hülle an und lesen auf der Rückseite, World War 2, haben sie keinen Bock drauf, okay, weg damit. Nicht nur das Interesse bei Call of Duty Warzone ist gefallen, sondern auch bei COD Mobile. Das müsst ihr jetzt mir allerdings sagen, wenn einer von euch COD Mobile spielt. Also ich hatte noch nie Berührungspunkte mit COD Mobile. Für mich findet Gaming am PC oder an der Konsole statt und nicht am Handy. Ich denke, da sind ein paar Fachmänner in den Kommentaren, die durchaus mal COD Mobile ausprobiert haben oder vielleicht über längeren Zeitraum dieses Spiel gespielt haben. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Was denkt ihr so, was der Hauptgrund war, beziehungsweise was für Punkte ich vielleicht vergessen habe oder nicht beachtet habe, warum vielleicht der ein oder andere Spieler abgehauen ist. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit dem Content in Vanguard zufrieden seid. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr wenig. Ich meine, nicht viele Leute spielen Vanguard, aber trotzdem müssen die Spieler, die Vanguard gekauft haben, mit Content versorgt werden, weil 60, 70, 100 Euro, die müssen dann auch beglückt werden, diese Spieler. In dem sie richtig guten Content bekommen. Activision muss definitiv ihre Pflicht erfüllen und muss die Spieler weiterhin mit gutem Content versorgen. Und nicht pro Season 2 Karten, das ist ja wirklich ein absoluter Witz. Sie dürfen Vanguard auf gar keinen Fall fallen lassen, weil sonst verlieren sie immer noch mehr Spieler. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Ich wünsche euch das Nummer rein.